Ein vergifteter Apfel von Christian Lindner. Die Medien feiern es gerade mit Blick darauf Steuerentlastungen für Millionen Rentner, Arbeitnehmer und Steuerzahler. Doch ist das wirklich so ein Geschenk, was in dem neuen Papier jetzt des Bundesministeriums der Finanzen und auch von Christian Lindner geplant wurde? Da ist durchaus die Frage, ist die Abschaffung der Steuerklasse 3 und 5 hier ein Geschenk? Oder eher ein vergifteter Apfel, den man anderweitig noch versüßen will, zum Beispiel mit einer weiteren Anpassung des Grundfreibetrags. Denn ganz klar ist, nehmt das und ich nehme euch anderswo etwas mehr. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und auf Steuern mit Kopf sprechen wir auch immer mal wieder, wo du auch vom Finanzamt oder auch vom Bundesministerium der Finanzen abgezogen wirst. Das heißt, Christian Lindner, eigentlich mit Blick auf seine eigene Partei, ein sogenannter Liberaler, wo man natürlich ganz klar sagen muss, die natürlich Thematik hier sollte ja eigentlich die Steuerentlastung der Arbeitnehmer sein. Und man ganz klar sagt, hä, wir zahlen in Deutschland hier schon die zweithöchsten Steuern auf Einkommen und ähnliches auf der Welt. Da gibt es auch noch Personen, die selbst auf Social Media auch ganz klar sagen, wir Deutschen zahlen zu wenig Steuern. Jetzt ist es lustig aber auch, dass man ganz klar sagen muss, das Ganze wird immer ein bisschen undifferenziert betrachtet. Denn da kommt der erste vergiftete Apfel, den euch Christian Lindner jetzt anscheinend geben will. Und zwar hier mit Blick darauf auf den sogenannten Grundfreibetrag. Grundfreibetrag. Dieser soll hier jetzt laut Fokus online, denn das Finanzministerium will offenbar Zeiten an den Grundfreibetrag von heute 11.064 auf 11.784 Euro anheben. Und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2024. Und gleichzeitig schreibt Fokus hier, die nächste Anhebung ist dann für 2025 geplant. Der Freibetrag steigt dann auf 12.084 Euro. Ab 1. Januar 2026 soll dann auf 12.336 Euro steigen. Jetzt sagt man sich ja, cool, habe ich mehr Geld. Aber man versucht natürlich hier immer das ganze Tröpfchen weiterzumachen. Das ist schon mal das erste Thema, wo man ganz klar auch sagen muss, selbst die Experten, also sprich nicht die, die in den Amtsstuben sitzen, sondern die, die wirklich von was Ahnung haben, sagen ganz klar, es benötigt jetzt endlich die größte Steuerreform überhaupt. Denn wenn ich es richtig im Kopf habe, die letzte große Steuerreform ist über 20 Jahre her, wo man auch ganz klar sagen muss, wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns auch anpassen an die weltweiten Gegebenheiten. Die meisten Länder auf der Welt haben in den letzten Jahren ihre Steuern gesenkt. Lediglich wir Deutschen freuen uns, dass die Gesamtabgabenlast jedes Jahr steigt. Und da ist es jetzt so, dass man auch ganz klar sagen muss, naja, ein Grundfreibetrag, jetzt hier steigt jetzt von 11.604 Euro auf 11.084 Euro, sind im Grunde 180 Euro mehr. Und das klingt zwar jetzt auf den ersten Schritt relativ gut, bedeutet aber nicht wirklich, dass man hier auch 180 Euro mehr hat. Denn das ist ja auch prozentual abhängig davon, wie dein persönlicher Steuersatz ist. Was ja beim Grundfreibetrag ja immer kritisiert ist, ist, dass auch vermögende Personen davon stärker profitieren oder einkommensstarke Personen, weil sie einen höheren persönlichen Steuersatz haben. Jetzt ist es aber so, dass man hier einen anderen Weg gehen sollte. Und zwar ganz klar ist natürlich, den Grundfreibetrag zum Beispiel auf 2.000 Euro pro Monat oder 3.000 Euro pro Monat sozialen und abgabenfreien ganz normal erhöhen. Damit würde man die Geringverdiener hier in Deutschland, wo wir heute auch noch zum Video kommen, massivst entlasten. Denn diese würden je nach Einkommen 500 bis 1.000 Euro mehr pro Monat zur Verfügung stehen. Und jetzt muss ich auch sagen, warum auch der erste vergiftete Apfel. Denn ganz klar ist an dieser Stelle auch, der vergiftete Apfel ist zum Beispiel auch hier, dass auch zu diesen Zeitpunkten die CO2-Abzocke weitersteigt. Man will hier natürlich verhindern, dass man sagt, dass den Leuten offensichtlich vom Finanzamt etwas abgezogen ist. Denn den monatlichen Lohnzettel, den kriegst du doch immer gleich. Aber das, was hintenrum abgezogen wird, Umsatzsteuer, CO2-Abzocke, Lkw-Maut, das spürst du dann ja nur im Supermarkt. Und da ist der böse Einzelhändler schuld. Und da ist es natürlich auch spannend, dass man jetzt zum 1.1. nächsten Jahren noch rückwirkend noch mit dieser Anpassung durchführt. Weil da habe ich schon immer wieder gesagt, Christian Linden hat auf Instagram auch hier ganz toll erklärt, ab dem 1.1.24 habt ihr mehr. Richtig, auf dem Lohnzettel, nicht im Geldbeutel. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Denn das ist auch wieder eine ideologische Debatte, die hier gerade geführt wird. Denn man muss ganz klar sagen, dass das hier das nächste Problem aufhört. Und zwar die sogenannte Steuerklassenabschaffung 3 und 5. Das Bundesministerium plant jetzt hier nach einer neuen Mitteilung auch, also internen Mitteilung, hier, dass die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden sollen. Und aber auch natürlich hier die Steuerklassen 4, gibt es ja 4, 4 mit Faktor, ja, sag ich mal, pro weiter Stärke beworben werden sollen. Und der Hintergrund ist, und das ist wieder ein ideologisches Thema, wo man ganz klar sagen muss, man will nicht nur bis in den Heizungskeller mit dem Heizgesetz, mit dem Enteignungsgesetz rein, sondern möchte bis in eure Beziehung rein, damit man euch genau vorschreibt, was ihr wahnsinnig zu tun habt. Und zwar, das ist was, wo man ganz klar sagen soll, der Vorteil von Steuerklassenkombination 3 und 5 ist ja hier immer noch, der Partner, der mehr verdient, hat die Steuerklasse 3 und erzielt dadurch ein höheres Nettoeinkommen. Der Steuerklasse 5 ist für denjenigen, der weniger verdient. Da sind die höheren Abgaben. Das führt jetzt unterjährig zu einem massiven Liquiditätsvorteil. Und dieser massive Liquiditätsvorteil, der macht sich mal schnell mit 100, 200, 300 Euro pro Monat aus. Wichtig aber an der Stelle, am Ende zahlen alle Steuerklasse 3, 5, 4, 4, 4, 4 mit Faktor oder sonstiges, die gleiche Steuern und Abgaben. Das ist komplett identisch. Lediglich der Zeitpunkt dessen, wann das Geld abgezogen wird, ist natürlich ein Unterschied. Und das macht die Finanzverwaltung jetzt auch nicht an der Stelle, muss man ganz klar sagen, aus dem Grund, dass ihr weniger Geld in der Tasche habt, primär, sondern auch nicht aus der Gleichberechtigung, was wir hier sagen, da Frauen in der Arbeitswelt in der Regel weniger verdienen als Männer, zahlten sie in einer Partnerschaft bei geringerem Verdienst deutlich mehr Steuern. Männer profitieren von den Steuervorteilen. Ich kann euch aber ganz klar sagen, warum das ein Plan ist. Weil der Bundesregierung die Kohle ausgeht. Wer im Grunde mit Annalena Baerbock, Svenja Schulze, Lisa Paus und Nancy Faeser, im Grunde die Geldvernichtungsmaschinen überhaupt mit dabei hat. Sei es durch Demokratieabschaffgesetz, sei es natürlich durch die Entwicklungshilfe mit Kühlschränken und sonstigen und was weiß ich, positiver Maskulinität im Ausland. Oder auch Annalena Baerbock, die ja Millionen für Grundstücke ausgibt und auch Hunderttausende für ihr eigenes Gesicht und für ihre Frisuren. Oder aber auch zum Beispiel Nancy Faeser, die, sage ich mal, auf dem linken Auge etwas blind ist und sich jetzt wundert, dass durchaus auch die Messermänner plötzlich in der Öffentlichkeit wieder auftauchen. Ist ja völlig egal. Nein, es geht darum, dass man hier mehr Liquidität hat. Denn das bedeutet nicht nur, dass die Familien unterjährig weniger Liquidität haben, sondern auch an der Stelle, dass der Fiskus mehr Liquidität unterjährig hat. Weil so wird alles automatische, Lohnabrechnung, Arbeitgeber führt Lohnsteuer für dich ab, sofort monatlich an das Finanzamt abgeführt. Und das ist eigentlich der Hintergrund, wo man auch ganz klar sagen kann, hier geht es nicht um eine Gleichberechtigung. Denn Gleichberechtigung ist nun mal auch das Thema, wo ich ganz klar sage, naja, die meisten Ehepaare, zum Beispiel, wenn ich unsere Mandanten anschaue, die haben zum Beispiel Gemeinschaftskonten oder zum Beispiel ein Einzelkonto und ein Gemeinschaftskonto. Oder aber auch, wo man sagt, eine Aufteilung nach Einkommen. Bestes Beispiel zum Beispiel auch mit Bekannten von mir, die haben ausgerechnet, hey, ich verdiene zum Beispiel 70%, die Ehefrau verdient 30%, also zahlt der Ehemann auch 70% der Kosten. Das sind auch so Modelle. Es gibt so viele individuelle Modelle, die du im Grunde finanziell für deine Situation ganz einfach verwenden kannst und wo man ganz klar sagen kann, hey, da sollte man natürlich an der Stelle durchaus, ja, vorsichtig sein. Ganz klar ist aber natürlich auch, dass du dem Ganzen auch in anderer Form natürlich hier entgegenwirken kannst. Und nirgends ist es wichtiger aktuell, hier natürlich deinen Vermögensaufbau durchzuführen, denn ganz klar ist es natürlich, das kann zum Beispiel mit unserem Partner Freedom 20 vor. Da haben wir euch schon die ein oder anderen Sachen hier vorgestellt, wie man ganz klar natürlich auch mit ETFs, Aktien und ähnliches sein Vermögen weiter aufbauen kann. Übrigens auch als Familiendepot möglich, wo man ganz gesagt davon profitieren. Am Ende alle. Und wenn du damit natürlich Steuern mit Kopf unterstützen willst, das ist ja auch eine bezahlte Partnerschaft, die wir da haben, dann gerne unten in die Infobox gehen und dann kannst du ganz klar sagen, hey, ich möchte davon auch profitieren und mein Vermögen selbst aufbauen. Bei einem ausländischen Broker, bei dem jetzt nicht Olaf Scholz oder Christian Lindner einfach mal so anrufen können und sagen, hey, zieh mal dieses Depot ein. Ganz klar ist aber natürlich der im Grunde die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 wird hier zu einem eher finanziellen Nachteil führen. Viele Sparpläne werden dann natürlich auch gestoppt werden müssen, weil man ganz klar sagt, diese Liquiditätsanteile hat man. Ganz klar gibt es da noch eine Besonderheit, wer viele Fahrtkosten, Werbekosten und ähnliche, Werbungskosten und Ähnliches hat, der kann an dieser Stelle hier durchaus auch einen sogenannten Lohnsteuermäßigungsantrag stellen, immer bis zum 30.11. des laufenden Jahres. Was bedeutet, da kannst du alle deine Werbungskosten schon laufend mit reinnehmen und du sparst sofort mehr Geld.